Hallo Konfu-Zeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josy und wir haben wieder einen realen Irrsinn. Ja, und wo haben wir den? In Wittenberg, da gibt es einen Skywalk und was es damit auf sich hat, ich habe das schon so in einem Trump-Nail vom Original-Video gesehen. Ihr könnt gespannt sein, das ist wirklich irrsinnig. Wir schauen es uns gemeinsam an. Wittenberg, die Lutherstadt. Hier lebt das Mittelalter noch. Und auch der Jugendstil kommt prachtvoll zur Geltung, wie etwa am Luther-Melanchthon-Gymnasium. Ja, ein wunderschönes Gebäude und ich muss euch sagen, wenn ihr noch nicht in Wittenberg wart, fahrt da unbedingt mal hin. Das ist eine so wunderschöne Stadt und wirklich ein tolles Mittelalter-Ambiente. Und gerade für Protestanten, sage ich mal, eigentlich so der Ort, wo man unbedingt mal gewesen sein sollte. Weil da ist immerhin das Protestantentum erschaffen worden oder mit erschaffen worden. Weil Luther hat ja die Protestanten angeführt mit, unter anderem. Ich weiß, da gab es noch einen anderen, aber das ist was anderes. Aber ich garantiere euch, das endet im Denkmalschutz-Irsinn schlechthin. Das Gebäude ist von 1888 und zählt nicht zuletzt auch durch die Aula und das große Bild des Inneren zu einem der wertvollsten Denkmäler, die die Lutherstadt Wittenberg vorzuweisen hat. Ja, es ist ein schönes Gebäude, aber ich musste schon wieder die Nase rümpfen. Äh, CDU-Politiker. Für 15 Millionen Euro wurde alles denkmalgerecht instand gesetzt. Getreu dem Motto der Stadt Wittenberg, schön wie nie. Ja, schön wie nie und sie haben etwas instand gesetzt. Äh, schaut es euch an. Das gesamte Gebäude mit seinem Areal ist so schön wie nie. Absolut gerade auch auf der Rückseite, wo vor der historischen Fassade etwas gänzlich Neues geschaffen wurde. Habt ihr das gesehen? Sie haben allen Ernstes da einen Skywalk hingebaut. Das ist kein Denkmalschutz, das ist Denkmalver... Denkmal... Denkmalverschandelung. Wieder ein schöner Versprecher drin gewesen. Äh, man darf keine Treppen anbringen, deswegen haben sie diesen komischen Versatz gemacht, soweit ich das mitbekommen habe. Ich hatte da mal einen Artikel drüber gelesen, hab gedacht, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Das ist der zweite Rettungsweg. Bei Schulen, gerade über mehrere Etagen, müssen sie innerhalb kurzer Zeit evakuieren können. Und da ist zusätzlich zum ersten Rettungsweg, das ist das normale Treppenhaus, der zweite Rettungsweg notwendig. Und den baut man für gewöhnlich außerhalb an. Also ich gucke mir das jetzt mal an. Also da geht's raus, dann geht man da rum und kommt auf der anderen Seite wieder rein. Und wo ist jetzt da Rettung? Sollen die Leute da runterspringen, oder was? Also hier und hier runterspringen, weil ich meine, da geht's raus. Da geht's wieder rein oder raus, je nachdem, und dann läuft das rum. Oder übersehe ich irgendwo was. Für gewöhnlich außerhalb und hier eben außergewöhnlich auffällig. Der noch nicht ganz fertige Rettungsweg hat daher auch einen besonderen Namen bekommen. Bei fachlichen Austauschen reden wir immer noch über den zweiten Rettungsweg. Und das ist aber auch der Skywalker in Wittenberg. Muss ich dazu was sagen? Das ist wieder politischer Irrsinn. Skywalk. Ja, das passt für Science-Fiction-Filme. Und für die zukunftsgerichteten Skywalker in Wittenberg. Die Optik, die hier für 450.000 Euro geschaffen wurde, begeistert. Ähm, mich begeistert es nicht. Aber wie gesagt, also ich stehe seit kurzem sowieso mit der Partei dieses netten, jungen Politikers auf Kriegsfuß. Weil 16 Jahre lang Scheiße in Deutschland gebaut und dann noch aufmuppen. Also ich finde das auf jeden Fall nicht so schön. Wie sieht denn das aus? Zu dem Gebäudesstil passt meiner Meinung nach nicht, äh, die, diese, äh, gewaltige Stahlkonstruktion aus Grundmaterial oder Rohren. Ähm, ich frage mich auch, ob da nicht was anderes gepasst hätte, aber... Zweite Variante. Ähm, ich sage mal so, ähm, wenn sie schon so darauf bedacht sind, ihren Mittelalter-Charme beizubehalten, da hätte man mit Sicherheit andere Rettungswege in anderer Form machen können. Dieses Ding ist nicht nur hässlich, es ist grottenhässlich. Und, ähm, was ich eben gesagt habe, war meine Meinung, ähm, bezüglich, äh, dieser 16 Jahre. Und, ich weiß, Monetarisierung dahin, das ist mir aber gerade schmutzpip egal. Das Haus ist doch innen drin, ist sowieso schon ziemlich dunkel, was man so gerade gesehen hat. Ähm, gut, okay, es sind große Fenster da, aber ich denke mal, ähm, nee, das ist wirklich Verschandelung, nicht Verschönerung, das ist Verschandeln. Zu sowas gehört doch immer ein bisschen Mut dazu, eben nicht nur immer Standard zu machen. Früher war es Luther mit seinen mutigen 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche. Heute ist es der Landkreis mit seinem einzigartigen Skywalk. Äh, Leute, nachdenken ist halt nicht jedermanns Sache. Und ich hab's schon mal gemutmaßt, bei manchen Politikern scheinen sich, sobald sie gewählt sind und in höheren Ämtern sind, das Gehirn abzuschalten. Bei manchen, nicht bei allen. Ich kenn auch Politiker, die haben durchaus Intelligenz. Perfekter Irrsinn, also, was anderes kann man dazu nicht sagen, ähm, man verschandelt ein wunderschönes Gebäude, ein wunderschönes Denkmal mit solch einem hässlichen Ding und nennt das dann auch noch Rettungsweg. Und da kann man sich nicht mehr retten. Die sollten sich vielleicht retten, aus dieser misslichen Lage. Gut, aber wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen hoch, wäre schön. Ein Abo da unten, da unten ist dann auch die Möglichkeit zum Kommentar geben, Anregungen, Ideen, Tipps, äh, Kritiken, alles wird gelesen und kommentiert. Auch von mir dann, wenn ihr es kommentiert habt. Ähm, Originalvideo ist auch da unten verlinkt, da bitte hingehen und das gleiche machen, was ich jetzt gleich tue, passt auf, wie immer. Wir gehen drauf, geben ein Like nach oben. Und bevor jetzt irgendjemand schreibt und sagt, das ist doch das Video von der letzten Woche gewesen, was du jetzt diese Woche aufgenommen hast. Klar, aber das ist immer so, die bringen irgendwie sonntags drei Stunden, bevor ich aufs Stream gehe, bringen die ein neues Video raus und ich muss da eine Woche warten. Genau, so, abonniert habe ich schon, hier seht ihr es. Und deswegen, ja, muss ich das nicht noch machen. Solltet ihr aber auch machen, die Kollegen drüben freuen sich und, ähm, können uns dann weiterhin solche tolle Videos bringen. Solltet ihr!